BAM! Da sind wir wieder bei Pokémon Feuerrot! Nuzlocke-Challenge-Zeit! Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben im Team Rocket Hauptquartier. Tja, und jetzt wollen wir ein paar Rüppelfarm Möbeln und den Boss auseinander nehmen. Ja, endlich wieder aufnehmen. Ich habe eine kurze Pause an Weihnachten gemacht und jetzt geht's weiter. So, hier geht's nicht lang, das weiss ich, sondern hier geht's lang. Ne, da auch nicht, egal. Das Mut hier reinzuklatzen, ja, das hab ich wohl. Show me what you've got. Ein Radikal. Wer ist eigentlich vorne? Dick Kenny. Ähm, ne. Haben wir, haben wir, haben wir? Ne, wir haben den Peter natürlich nicht dabei. Warum denn? Ja, da geht Gronkh ran. Gronkh kann das schon. Wieso roll ich das R eigentlich so? Gronkh. Ja, dann beiß es. Crunch. Zack. Hey. Oh nein, Grimasse. Oh mein Gott. Ich bin langsamer. Das heißt, ich mal ruck zu kippein. Ha. Ah, das heißt, ich ruck zu kippein. Aber er ist ein Noob. So. Erfang kommt, erfang kommt. Ja, dankeschön. Und noch ein Radikal. Ja, komm, mach weiter. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Hüppertzahn. Nochmal Grimasse. Ja, wie du willst. Geht eh schon langsamer. Wie man sieht. Oh nein. Miam. Sehr gut. Und jetzt. Priorität mit ruck zu kippen. Level up. Ja, sehr schön. Du machst das krank. So. Den ersten Rüppel. Weg. Geputzt. Oder. Ja. Geputzt. Wie er fiel gerade. Kein besseres Wort ein. Laptop. Puck am Zacken. Komplizierte Worte an Zahlen. Oh mein Gott. Zahlen. Fluchtzeichen. Darf ich nicht. Ja, wobei vielleicht. Mal gucken. Ja, ähm. Das ist glaube ich nur ein Ausgang dort unten. Also da kommen wir auch nicht weiter. Also gehen wir mal nach unten. So. Ja. Ich glaube hier komme ich zwar auch noch nicht warte, aber ich mache es trotzdem mal. Der Boss sagt, der Sims Code macht Geister sichtbar. Oh yeah. Und ich weiß auch schon genau, dass ich mir ein Geist fangen werde. Und was für einen Namen der kriegt. Ja. 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 Gut. Der Name passt vielleicht einigermassen. Na ja. Mal gucken. Wir setzen hier auf jeden Fall Schockwale ein. Weil effektiv und so. Bäm. Super effektiv. Ha ha ha. Und unser kleines Malzi. Der Decay. Der Fuchs. Die Katze. Whatever. Finte. Hm. Ja. Ich weiss nicht. Biss lässt Finte trifft immer. Ne. 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 Finde ich besser. Ja. Rückschrecken. Lass mich mal Finte sein. Nein. Äh. 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 Ja. Das mache ich an. Das mache ich an. Ich glaube da muss. Hm. Komm. Sui. Du darfst. Bäh. Bäh. Hast du eigentlich was Neues gelernt letztes Mal? Ich weiss es eben nicht mehr. Ich habe schon zeitlich nicht mehr gespielt. Ähm. Ne. Gut. Dann beiß es. Aber immerhin hast du seinen Angriff gespielt. Smog. Macht nicht viel Schaden. Wird mich aber vergiften wahrscheinlich. Natürlich. Wer hätt's gedacht. Hm. Komm. Bam. Gut gemacht. Slimer. Ja. Kannst du auch mal machen. So. Wobei. Na. Egal. Spielt keine Rolle. Zack. Ja. Ja. Macht auch die Hälfte. Und das schreckt sogar zurück. Oh. Ich muss mich zwar beeilen. Nicht, dass es wieder so eine scheiss Schlamm-Bombe macht. Oder was war die Attacke? Irgendwie. Ja. Es ist eine starke Gift-Attacke, die mich letztes Mal ziemlich abgekackt hat. Ja. Gut. Wir wechseln mal wieder auf den D.K. mit der Schockwelle. Die ganz praktisch ist, wie ich finde. Und ich mag es, wenn man solche komischen Attacken wie Schockwelle auf einem Mounti hat. Was auf dem Essenbeck keinen richtigen Sinn ergibt. Aber es... Dann hat er schön verschiedene Attacken. Das ist immer gut. Damit man möglichst viele Typen abdecken kann. So. Ne. Und wieder mal ein Radikal. Ne. Das machst du nicht. Das macht... Ja. Wer denn sonst, ne? Für Ratten haben wir einen Spezialist. Die Ratte selber. Ja. 17. Guck mal. Da scheisse ich einen großen Haufen drauf. Ne. Nur einen kleinen Haufen. Das reicht schon. So. Mhm. Stopp. Ich ergele mich. Nimm mein Geld. Äh. Oh. Stimmt. Scheiss Gift. Ja. Komm. Äh. Gegengefähr. Ah. Da. Was. Nur eines. ist. Haben wir hier Hyperheilat? Ja. Okay. Ich mach den mal nach oben. Äh. Äh. Entschuldigung. Hm. Na, der kommt auch noch nach oben. Oh. Ja. Gut. Also. Okay. Gift. Nutzen wir es mal. Ich weiß nicht. Gibt es hier... Ich glaube hier gibt es noch ein Bett später. Hm. Ja. Ja. Oder ne. Das war im anderen Gebäude. Äh. Shit. Egal. Wer braucht schon Heilung? In der Nassab Challenge. Niemand braucht das. Wir brauchen nur X Tempo und dann ist alles gut. Hey. In X Tempo. Wow. Haben wir Glück. Ein Mondstein. Ähm. Ach. Mir nicht. Ja. Und das Item will ich verhöhnen. Okay. Ist jetzt in diesem Fall nicht so eine tolle Attacke, aber eben Mehrspielermodus. Also Mehrspielermodus. Ja. Puckman hat Mehrspielermodus. Ne. Bei Kämpfe gegen andere Trainer. Nicht gegen Computer. Kann das ganz nützlich sein. Weil die... Weil Verhöhner stoppt. Äh. Attacken die nicht zum Angreifen da sind. Also wenn jetzt der Gegner die ganze Ding wie ich paralysieren will oder so. Ne. Kann er nach Verhöhner nicht mehr. Das heißt es kann... Ja. Ziemlich nervige Attacken verhindern. Ist das dann schon ganz nice. Aber die CPUs machen das eh nicht. Ne. Die sind nicht so... Intelli-Clug und so. So wie ich ne. Full. Okay. Lift kommen wir nicht rein. Da brauchen wir einen Liftöffner. Habe ich Bock gegen euch zu kämpfen? Hm. Ihr seid die ersten Trainer, die ich einfach mal auslasse. Hahahaha. Glaub ich, oder? Sind die ersten Trainer. Korrigiert mich. So. Du. Mhm. 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 Ich hab keine Ahnung wo wir sind. Yay. Achso. Okay. Noch mal sowas. Dann will ich das Item haben. Ein Zornobobobo. Geil. Geiler Schiet und so. Könnte ich auch mal einsetzen, aber pfff. Ne. Ne. Hier lang. Und. Äh. Hier auch nach unten. Und hier nach rechts. Und dann darf ich dich vermöbeln. Oh. Ich hätte dich gar nicht müssen. Egal. Halte dich aus den Angelegenheiten raus. Ne. Kein Bock. Ne. Ja. Das war grad komisch. So. Äh. Na komm. Ist egal. Komm. Mach du das mal. Zahltag. Wobei es kann. Das war totenschlag. Weil es dumm ist. Doom. Dummheit of Doom. Und tschüss. Ich leg mir eine Bram. Jetzt verschreit. Oh mein Gott. Geil. Geil. Gleit. Geil. Ein Radikal. Ja. Ist klar. Ne. So. Hm. Mhm. 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 Selbes Spiel. Und wie ich würde es dann einfach immer trifft. Was für eine Genauigkeit das sind. Was ist das? Ich sag, glaube ich, sogar 90, okay, ne? Denn das ist natürlich, ja, nicht übel. Ja. Aber finde ich gut. Ist ja ganz hübscher, danke. Traumato? Äh. Traumato? Sui, kannst du mal beißen? Ist effektiv. Komm. Du braust den Level ab. Ja, doch, ist ganz hübscher Kopfnuss. Bringt der Betro also doch etwas. Hm. Okay. Konfusion. Boah, ich bin überwältigt. Ich muss schon sagen, ein Traumato ist top. Hätte ich ja auch gerne. Uff, ich bin am Boden. So. Noch ein Item. Schattenklaas. Das ist das erste Item, das wir mal einem Pokémon zum Tragen geben können. Hm. Das Schattenklaas verstärkt und Lichtattacken. Geben. So. Ähm. Du hättest Unlicht, aber dir gebe ich das, glaube ich, nicht. Du hättest Unlicht, du hättest Unlicht. Ja, wer hat denn kein Unlicht? Ähm. So, ich krieg wahrscheinlich noch was anderes. Ja. Mit dir greife ich selten an. Gäbe ich es doch, die Kay. Komm. Sieht cool aus. Mauti mit Schattenklaas, ne? Cool und so. So. Gut. Was haben wir hier? Ein Top-Eder. Ist Äther nicht irgendwie ein Gift oder so? Hm. Keine Ahnung. Übernahme braucht auch niemand. So. Du hast den Liftschlösen. Den will ich haben. Wobei, du kommst mit zu, Bart. Ich werde sich den Liftschlösen noch niemals geben. Aber, aber. Nein, geben tust du mir nicht. Das stimmt. Und er hat doch einen Zweck an. Ne, ne, ne. Bin ich gut? Äh. Dies muss man theoretisch physisch angreifen. Na, zahlt er. Ne. Ne. Das macht ja auch sehr viel Schaden. Tackle. Ich wechsle lieber. Ah, die. Zeit zum Trollen. Trolololololololol. Herz. In. Fakt. Sie können Finale. Sie können Finale. Welches Level war das? Wahrscheinlich, dass du das gleiche Level. Okay. Smorgons auf 21 können Finale. Scheiss. Hatte ich Schwein. Zum Glück habe ich ein Party gewechselt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Mh. Ja. Pff. SkyMT hat das nicht alles gehalten. Und ich wechsle trotzdem mal. Weißt du, wie Bescheid war das ziemlich scheißig? Ne. Ähm. Pff. Das. Äh. Gut. Äh. Da war wohl keine Zeit zum Trollen. Egal. Komm. Tackles. Boah. Komm. Erlaub. Nein. Natürlich nicht. Oh nein. Nein. Ja. Sprengst dich mal nicht selber in die Luft, du Arsch. Kopf. Typ. Mist. Ich habe den Lift auf der Florene. Höh. Dann nimm ihn einfach wieder. Peller. Hey. Wo war der Lift? Der war irgendwo. Irgendwo war der, ne? Der war doch irgendwo, hä? Sag doch mal. Ich könnte mal meine Pokémon halten. Wie wär's damit? Ähm. Was haben wir denn da? Haben wir nicht eine Limonade? Ein paar Limonaden. Äh. Oder? Oder auch mal. Bei DK zumindest. So. Nochmal ein Supertränkchen. Bei dir. Ich darf auch ein Supertränk. So, komm. Exakt. Äh. Supertränk. Steht Hardy. Oh. Komm. Krieg dein Kronkh auch noch einen. Einfach weil. Ich hab's ja. Ich hab ja die Kohle. Ich bin. Ich bin YouTuber. Ich hab die Kohle. Also. Ne. Ich bin ja kein YouTube Partner. Aber egal. Einmal Hallo. DK ist keine gute Wahl. Du verschwindest gleich mal wieder. Und lässt den Harten mal machen. Ja. Jetzt guck dir mich böse an. Was der verdient. Jetzt ist er getrollt. Komm. Ich erstaue dich. Ne. Ich erstaue dich nicht. Sonst macht er irgendwie noch. Äh. Pff. Geovisur. Ne. Das. Hätte ja keine Wirkung. Egal. Na. Mach Hallo. Ja. Kannst du auch machen. So. Na ne. Der Hardy hat keine Lust zum Trollen. Mach lieber One-Hit-Kills. Was sei in Ordnung ist. Wenn man's gerne hat. Ich hab verloren. Ja. Das hast du. Ja. Das hast du. Und das Neid. Frustration. Okay. Ah. Das ist. Ne. Die können wir nicht gebrauchen. Ähm. Frustra- Frustration. Frustration. Ist ne. Attacke. die bei unbeliebten Pokémon also Pokémon mit sehr wenig Zuneigung mehr Schaden macht. Story. Äh. Quasi das Gegenteil von Rücke. Rücke macht mehr Schaden je mehr Zuneigung es hat. Und da die Pokémon allgemein immer mehr Zuneigung haben normalerweise macht Rücke auch mehr Sinn. Und ich bin jetzt tatsächlich in die Treppe gelaufen obwohl ich den Lift will. so. So. Liftfahl. Weine ein Stockwerk aus. Äh. 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 Überfordert. Äh. 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 Was haben wir hier? Kalzium! Perfekt! Das geben wir auch mal wieder unserem Harri, damit er sich weiterentwickelt, denn solche Medizin gibt Zuneigung, und unsere Harri braucht Zuneigung, ja, Moment, da ist ja schon der Boss.